Wie wird unsere Welt in 50 Jahren aussehen? Die vernetzte Stadt. Steuern automatisierte Systeme unser Leben? Reinigen Sie Ihre Zähne regelmäßig mit der Personal... Damit ihr sofort erfahrt, dass ich gestern gefeiert habe und ihr mir umgehend die Beiträge erwöhnen könnt. Der nächste? Dringend Gesundheits-Memo damit. Welt ohne Grenzen. Oder unbegrenzte Kontrolle? Ihre Scan identifiziert. Hallo? Du kannst sprechen? Ja. Dann gib Gas. Zeig mir ein paar Wus. Weltvergnügen. Das ZDF präsentiert die Zukunftsprognosen internationaler Forschung. Paul? Was ist denn? Keiner kommt rein und keiner kommt raus. Noch Fragen? Wunderweltmedizin. Werden wir unsterblich? Werden die letzten Geheimnisse unseres Körpers gelüftet? 2057 fährt mit dem Aufzug zu den Sternen. Steigen Sie ein. In das Abenteuer Zukunft. Du kannst und jetzt nicht haben, oberstes Abenteuer sich in der bunlar für die Amerika. Nur für die Schweiz noch eine Zukunft. Du kannst die Zukunft mitf components? Und nur für die Woche. Für die Auftrag des Europas. just. Da ist ein gutes Abenteuer. Die Zukunft. Mit dir. Du kannst das die Zukunft.